Das Jahr 2015 hat gerade erst gestartet und Johnny S hat schon wieder ein neues Crowdfunding-Projekt am Start. Halbes Leben war nicht genug, halbes Leben war ziemlich geil. Deswegen bin ich gespannt, wie der Tour wird. Ich habe jetzt schon ein paar Aufnahmen von ihm bekommen und ich kann nur sagen, der hat tief in seiner Emotionskiste gewühlt. Das klingt sehr geil. Johnny, ich habe auch schon Favoriten und zwar das Lied Abendlicht. Und ich werde diesmal auf jeden Fall mit einsteigen. Ich bin mir sicher, es wird noch geiler als beim letzten Mal. Allen Zuschauern kann ich nur warten. Steigt mit ein. Ihr habt was von. Ihr habt was von. Ihr habt gute Musik. Gekauft. Legal. Und ansonsten kann ich nur sagen, Johnny, cheers. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.